Das Windows 10 Fall Creators Update ist das nächste große Feature Update, welches am 17. Oktober erscheinen wird. Es wird einige Neuerungen mit sich bringen, von denen ich euch jetzt die wichtigsten in diesem Video zeigen werde. Falls ihr mehr über das Update erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort haben wir den zugehörigen Artikel von unserer Webseite verlinkt. Außerdem vergisst nicht unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, denn wir werden auch zukünftig neue Updates hier vorstellen. Genug geredet, starten wir doch direkt mit den ersten neuen Funktionen. Und zwar hier in der Taskleiste sehen wir direkt, hier ist ein neues Icon und zwar Kontakte. Wir können jetzt Kontakte an unsere Taskleiste anheften, zum Beispiel ich kann mich selber anheften. Und wir sehen direkt, es öffnet sich Skype. Also der Sinn davon ist, dass man seine Favoriten an die Taskleiste pinnen kann. Das können bis zu drei Kontakte sein. Und dann kann man sie schnell erreichen, kann man schnell mit ihnen kommunizieren. Ich kann hier schnell eine Nachricht zu mir schicken und ich kann auch andere Apps dafür benutzen, zum Beispiel Mail. Dann könnte ich schnell eine E-Mail an mich schreiben. Und auch Drittanbieter-Apps können das unterstützen, wie zum Beispiel Unigram oder so, falls sie das in ihre App einbinden. Außerdem können wir ganz schnell zu unseren Kontakten Dateien versenden, indem wir sie einfach nach unten ziehen, drüber halten und schon kann ich hier eine E-Mail versenden. Außerdem wurde das ins Teilen-Menü integriert. Ich öffne jetzt beispielsweise mal eine Webseite. Ich klicke auf Teilen und wir sehen direkt, hier bin ich. Und ich kann hier schnell den Link teilen und er fügt ihn direkt hinzu mit Beschreibung und so weiter. Man kann auch alles einstellen. Wenn wir hier auf Einstellungen klicken, dann öffnen sich die Einstellungen für die Task-Lights. Wenn wir ganz nach unten scrollen, sehen wir hier Kontakte. Und hier können wir Benachrichtigungen aus- und einschalten oder das Feature komplett ausschalten. Also man kann Bloatware für die Task-Leiste auch abschalten, falls man das so empfindet. Also einige Leute wird das Feature auf jeden Fall freuen. Andere werden es nicht so begrüßen, die können es aber zum Glück deaktivieren. Und andere würden es gerne benutzen, aber wahrscheinlich wird es nicht genug Apps dafür geben. Und falls ich einen Kontakt hier entfernen möchte, einfach rechts klicken und dann von der Task-Leiste lösen und schon ist mein Kontakt weg. Und ich kann natürlich auch all meine anderen Kontakte hinzufügen und meine Apps verwalten. Super. Das war dann der erste Punkt. Die nächste Neuerung ist kein Feature, aber das Design von Windows 10 wurde verändert. Und zwar nennt Microsoft das jetzt Fluent Design. Und wir sehen das jetzt schon am Action Center, welches neu designt wurde und an den Benachrichtigungen. Dazu sende ich kurz eine Benachrichtigung zu mir. Und wir sehen direkt, die Benachrichtigung ist nicht mehr schwarz, sondern etwas transparent. Und sie hängt nicht mehr ganz rechts am Bildschirm. So, und dann mache ich hier noch ein paar mehr Benachrichtigungen. Ja, wir sehen hier auch, wie Benachrichtigungen übereinander gestapelt werden können, zwei Stück auf einmal. Und wenn wir das Action Center öffnen, sehen wir direkt, es sieht ein bisschen anders aus. Ähm, die Benachrichtigungen haben jetzt einen schwarzen Hintergrund und der unschärfe Effekt ist jetzt viel größer. Außerdem wurden die Erweitern und alle Löschen-Button übrigens getauscht, weswegen viele Nutzer verwirrt sein werden. Das weiß ich jetzt schon. Und die erste Benachrichtigung jeder App ist immer automatisch aufgeklappt. Ja, normalerweise wäre das so. Aber jetzt ist es so, einfach damit man schneller mit Benachrichtigungen interagieren kann. Und auch in Apps gibt es Fluent Design Elemente, wie zum Beispiel im Taschenrechner, den man schon kennt. Ähm, die Transparenz in den Apps. Und auch ein Mauszeiger-Effekt. Man sieht, da ist so ein Licht und der folgt meinem Mauszeiger. Das gehört auch zum Fluent Design. Ähm, den gibt es auch hier im Kontakte-Hub. Aber man hat es noch nicht konsistent überall umgesetzt, zum Beispiel im Start-Menü noch nicht. Das wird dann erst mit dem nächsten Update überall eingesetzt werden. Die nächste Erneuerung betrifft hauptsächlich Tablet-Nutzer, denn jetzt gibt es eine neue Tastatur. Okay, das sieht erstmal hier alles vertraut aus, aber es gibt eine überarbeitete Smiley-Ansicht. Und es gibt hier oben links jetzt mehrere Tastatur-Modi. Zum Beispiel eine kleine Tastatur, wie man es vom Windows Phone kennt. Und man kann jetzt auch swipen. Ja. Gut, ich mag Stress-Sauere. Gut, das ist natürlich nicht ein gutes Ergebnis, aber ich habe auch nicht schön geswiped. Äh, ja, und die Tastatur ähnelt der von Windows Phone sehr stark. Außerdem haben wir natürlich weiterhin unsere Handschrifterkennung. Ja, da habe ich auch wieder was Tolles hingeschrieben. Und, ja, es gibt noch die klassische Tastatur an sich. Die sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Oh ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine überarbeitete Tastatur für Tablet-Nutzer. Und die ist ziemlich gut geworden. Auch, auch, auch eine witzige Sache, die mir aufgefallen ist. Wenn man die Tastatur so umherschüttelt, dann schließen sich einfach, ähm, alle Fenster. Also, so wie man das halt auch mit anderen Fenstern machen kann. Das geht jetzt auch mit der Tastatur. Das ist auch eine interessante Sache. Und, die nächste Neuerung betrifft nicht Tablet-Nutzer, sondern Tastatur-Nutzer. Aber leider nicht im deutschen Raum. Dazu muss ich kurz auf die englische Tastatur, äh, switchen. Die US-Tastatur. Und zwar, wenn ich jetzt die Windows-Taste und Punkt drücke, öffnet sich ein Emoji-Panel. Und hier kann ich dann ganz schnell nach Emojis suchen. Bisher musste man die Tastatur extra hier anheften und öffnen. Oder man musste auf Webseiten suchen. Aber jetzt kann man das einfach mit der Tastatur, Kürzel, Windows-Punkt-Punkt suchen. Und wir haben hier all unsere Emojis. Eigentlich gibt es auch eine Suche. Dazu müssen wir einfach hier was eintippen. Zum Beispiel, gut, aber es funktioniert noch nicht so gut. Okay, es funktioniert nur auf Englisch. Zum Beispiel Tree für Baum oder, keine Ahnung. Wenn ich Eis suche, kommt nichts. Aber wenn ich Eis suche, dann kommt Eiscreme. Okay, wird von Editor jetzt natürlich nicht unterstützt. Aber das ist sehr nützlich, wer gerne das Smilies benutzt. Die nächste Neuerung betrifft Cortana. Und zwar werden Websuche jetzt in einem kleinen Fenster hier links angezeigt, anstatt dass sich sofort Microsoft Edge öffnet. Was ziemlich cool ist. Wir haben hier direkt alle Infos, die man auf der Bing-Seite auch sehen würde. Und zum Beispiel, wenn wir Bing-Translator geben, haben wir sogar einen Übersetzer hier. Also das ist sehr cool. Es muss sich nicht immer dann Microsoft Edge öffnen. Man hat direkt eine Übersicht in Cortana. So, dann kommen wir mal zu den Größenneuerungen. Und die befinden sich nämlich in den Windows-Einstellungen. Und man sieht direkt, es gibt hier einige neue Kategorien. Zum Beispiel Handy. Das sticht direkt ins Auge. Und zwar kann man mit dieser Option sein Handy hinzufügen. Dazu gibt man dann hier seine Telefonnummer ein. Und dann wird eine App auf sein Handy geschickt. Und mit dieser App kann man Webseiten auf seinen PC senden. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Artikel auf meinem Handy geöffnet. Dann klicke ich auf Teilen. Dann wähle ich meinen Computer aus. Und er öffnet sich dann automatisch auf meinem PC im Edge-Bowser. Das ist eine coole Neuerung. Mehr ist aktuell nicht drin. Benachrichtigungen, Synchronisation und so weiter wird weiterhin per Cortana geregelt. Aber es wird nach und nach mit zukünftigen Updates immer mehr Funktionen hier reinkommen. Und man wird viel einstellen können. Außerdem wurde jetzt eine Kategorie Cortana gewidmet. Vorher waren die Einstellungen hier in der Taskleiste. Aber man hat sie jetzt in die normalen Einstellungen verschoben. Und ja, eigentlich ist hier nichts Neues dazugekommen. Es wurde einfach alles nur in die Einstellungen verschoben. Unter System gibt es einen neuen Menüpunkt. Der betrifft aber nur Windows Pro Nutzer. Bei Home Nutzer wird stehen, man müsste auf Pro Upgrade. Und zwar kann man hier jetzt schnell Remote Desktop aktivieren und deaktivieren. Womit man halt seinen PC aus der Ferne steuern kann. Zudem unter Speicher, unter Speicheroptimierung gibt es jetzt die Möglichkeit, Dateien im Download Ordner, die 30 Tage nicht geändert wurden, zu löschen. Außerdem kann Speicheroptimierung jetzt alte Windows Installation löschen. Und das alles mit einem Klick, wenn man auf Bereinigen klickt oder halt automatisch einmal im Monat. Unter Netzwerk haben wir noch eine nette Neuerung. Und zwar unter Datennutzung können wir jetzt unseren Verbrauch schnell zurücksetzen. Und jetzt können wir wieder von neu anfangen. Unter Content, ja genau, Anmeldeoption war das, ist hier jetzt auch eine neue Option. Meine Anmeldeinfos verwenden, um die Geräteeinrichtung einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen. Okay, es ist auch nicht die beste Übersetzung. Aber wenn wir beispielsweise unser OS updaten, bei einem Feature-Update und wenn man sich dann das erste Mal einloggt, dann kommt ja so ein Bildschirm, wo man noch kurz warten muss, bis der Desktop eingerichtet wird. Diese Option sorgt dafür, dass Windows unser Passwort kurz speichert für den Update-Prozess. Und dann wird er sich automatisch einloggen, wird den Desktop einrichten und dann loggt er sich wieder automatisch aus. Und wenn ihr dann an eurem Computer geht, euch einloggt nach dem Update, dann könnt ihr direkt losarbeiten. So, unter Update und Sicherheit, es gibt nämlich jetzt einen neuen Update-Prozess. Und zwar ist es eigentlich so, man lädt das Update herunter, man klickt auf Installieren und dann kommt ein langer Installationsprozess, wo einiges geschieht. Also, die vorherigen Daten werden gebackupt, dann wird das neue System installiert und dann werden die Daten vom Backup auf das neue System übertragen. So ist der Update-Prozess. Und das alles wird halt in der Offline-Phase gemacht. Also, die Phase, wo wir halt einen Kreis, der sich dreht, zuschauen können und der PC uns sagt, so und so viel Prozent noch. Microsoft hat Folgendes vorgenommen und zwar werden die Daten jetzt im Betrieb gesichert. Das bedeutet, zum Beispiel 40 Prozent der Systemleistung wird dafür verwendet, um alle Dateien zu sichern, was eigentlich in der Offline-Phase gemacht wird, während wir unseren Computer nicht benutzen können. Und meistens ist es auch die längste Phase. Das bedeutet, wenn wir jetzt auf Installieren klicken würden, dann würde nur noch das System installieren und die alten Daten übertragen, da ihr das eh schon im Betrieb gebackert habt. Das bedeutet, die Installationszeit von größeren Updates könnte um die Hälfte verringert werden, weil Windows einfach jetzt viel mehr im Betrieb macht, was ziemlich cool ist. Außerdem, was auch viele freuen wird, mit der erweiterten Einstellungen, Übermittlungsoptionen und nochmal erweiterten Optionen, können wir jetzt einstellen, wie viel Prozent Windows Update von unserem Internet nehmen darf. Von 100 bis 5 Prozent. Also, wer schlechtes Internet hat und im Hintergrund Windows Update manchmal zu viel Bandbreite wegnimmt, der kann hier alles einstellen. Auch wer die Übermittlung anhat, also dass Windows Updates im Internet hochschicken kann, da kann man eine Obergrenze einstellen, wie viel Windows maximal pro Monat losschicken darf. Und unter Aktivitätsmonitor haben wir dann Statistiken, von wo, wie viel er heruntergeladen hat, durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit und so weiter, was ziemlich cool ist. Und auf jeden Fall einige Nutzer freuen wir, da es ein großer Kritikpunkt von Windows Update war, dass es im Hintergrund einfach zu viel Internet verbrauchte. Auch unter erleichterte Bedienung hat sich einiges getan, und zwar hat die Bildschirmlupe ein neues Benutzerinterface erhalten, mit neuen Funktionen. Und nicht zu vergessen, unter Farbe und Kontrast gibt es jetzt Farbfilter, zum Beispiel einer, der die Farben umkehrt. Dann haben wir witzigerweise einen schwarzen Dateiexplorer, was auch interessant ist, und eine weiße Taskleiste. Alles ist einfach umgekehrt, alle Farben sind umgekehrt. Das kennt man wahrscheinlich schon von einigen Handys. Sieht teilweise sogar ziemlich schön aus, das Weiße hier. Und es gibt halt auch andere Farbmodi, wie Graustufen, Rotblindheit, Blaubildheit, umgekehrte Graustufen gibt es ja auch. Das ist auch nicht schlecht, falls man eine Verwendung dafür findet. Und die Spachausgabe kann jetzt dank einer KI Bilder beschreiben, und diese Deuten, was auf diesen Bildern drauf ist und so weiter. Was auch ziemlich cool ist, für Leute, die nicht so gut sehen können. Für alle, die einen HDR-Monitor besitzen, hat Microsoft neue Video-Wiedergabe-Optionen eingebaut, aber die betreffen nur den integrierten Windows-Player, der in universellen Apps benutzt wird, also keine Win32-Anwendungen. Und hier kann man halt HDR ein- und ausschalten und einstellen, ob Video-Wiedergabe mit niedriger Auflösung zugelassen werden soll, und ob man Videos lieber auf Qualität optimieren soll, anstatt auf Leistung. Oder halt andersrum, wie man eben mag. Unter Apps, ah ja, unter Apps ist noch was, und zwar unter Standard-Apps. Wenn wir hier ganz unten auf Standard-Apps nach App festlegen, wird jetzt nicht mehr die Systemsteuerung geöffnet, sondern man hat das jetzt endlich in die neuen Einstellungen migriert. Und beispielsweise, wenn ich jetzt Firefox anklicke und auf Verwalten, dann kann ich hier alle Dateiformate einstellen, die Firefox öffnen kann, und kann das zu Firefox setzen, falls ich mag. Man kann leider nicht alle übernehmen für eine App auf einmal, wie es damals war, aber es gibt dazu wahrscheinlich sogar Gründe, wieso das nicht mehr geht. Ja, hier kann ich halt... Hier sieht man auch, Goof Music unterstützt einige Dateiformaten, und hätte ich jetzt eine andere App installiert, dann könnte ich hier eine andere auswählen. Aber zum Glück kann ich im Store direkt nach Apps suchen, die dieses Dateiformat unterstützen. Zum Beispiel... VLC. Ja, VLC unterstützt einige Dateiformate. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Neuerungen an, die hauptsächlich Spieler betreffen, und zwar die erste Sache, man kann den Spielmodus nicht mehr allgemein für alle Games abstellen. Nur noch in Games einzeln, dazu öffne ich mal... Ne, das habe ich gar nicht installiert. Was habe ich denn installiert? Solitaire. Solitaire ist ein sehr aufwendiges Game, wo ich euch das präsentieren kann. Wir drücken mal Windows und G. Und hier sehen wir, wir haben hier Spielmodus aktivieren, und nur noch hier können wir das für Spiele einzeln aktivieren und deaktivieren, aber leider nicht mehr in den Einstellungen für alle Games auf einmal. Außerdem gibt es hier zwei neue Menüpunkte, Trueplay, einmal ist ein Anti-Cheat-Schutz direkt von Windows selber, hat Ähnlichkeiten wie VLC, soll einfach gucken, was läuft auf meinem Computer, werde ich online spiele, und falls es irgendein Cheat ist, dann werde ich halt gebannt. Und wir können jetzt hier unser Verbindungsstatus zum Xbox Live Netzwerk überprüfen, welcher irgendwie nie besonders gut hier ist, zumindest für mich. Zum Beispiel 170 ms ist jetzt nicht der beste Wert, aber gut, immerhin kann man das machen. So, und das war es auch schon mit den Einstellungen. Dann geht es weiter in Microsoft Edge, welcher jetzt viel schneller startet. Ich glaube, ihr seht es auch schon. Das ist auf jeden Fall viel schneller als vorher. Okay, damit ich euch was zeigen kann, muss ich kurz eine PDF öffnen, weil für PDFs hat sich einiges getan. Ja, sieht man auch direkt. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis, wo wir schnell zu Dingen springen können. Wir können jetzt PDFs laut vorlesen lassen. Wobei, vorlesen kann man eigentlich Texte fast überall, zum Beispiel auch hier. Kann ich einfach rechtsklicken machen, laut vorlesen. Ach, die Werbung. Ja gut, der fängt natürlich nicht so gut an. Aber ich kann auch Textstellen markieren. Und dann laut vorlesen. Google vergisst, Windows 10 ist nicht Windows 7. Genau. Das hat Google vergessen. Und wir können uns jetzt jeden Text auf Webseiten vorlesen lassen, was ziemlich gut ist. Weiter in der PDF-Datei. Wir können jetzt hier zeichnen, also Dinge markieren. Wenn das zum Beispiel relevant ist, kann ich den Text einfach markieren, was sehr gut ist. Und das können wir dann alles speichern und später wieder aufrufen. Außerdem, wenn ihr PDF-Dateien habt, die Formulare sind, dann könnt ihr sie auch schnell ausfüllen. Also in Microsoft Edge ist jetzt ein viel besserer PDF-Viewer drin. Außerdem kann man PDFs um das Nötigste bearbeiten, was ziemlich cool ist. Und dadurch werden viele PDF-Programme obsolet, weil die meisten Nutzer wollen einfach ihre PDFs anschauen und Kurs ausfüllen, aber jetzt nicht unbedingt stark bearbeiten oder ähnliches. Und für diese Zwecke ist das eigentlich komplett auszureichen. Man sieht, man hat hier genug Features und man kann sie schön darstellen lassen. Ist eigentlich alles in Ordnung. verlassen. So, und außerdem gibt es weitere Neunerungen in E-Books, im E-Pub-Format. Dadurch lade ich mir kurz eins runter von dieser Webseite, wo es gratis E-Books gibt. So. Und zwar kann ich jetzt hier Notizen machen. Zum Beispiel, ich markiere das und kann das markieren. Kann das unterstreichen auch. Äh, und ich kann Notizen hinschreiben. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. So, und dann kann ich das hier öffnen, weil ich etwas nicht verstehe und so weiter. Ah ja, und falls ich etwas nicht verstehe, trifft es sich gut, kann ich auch Cortana fragen. Super. Das sind die Neuerungen für E-Pub-Dateien. Wer damals den Internet Explorer genutzt hat, der wird diese Funktion auch kennen. Und zwar kann ich jetzt Webseiten auf die Taskleiste anheften, wie ihr das hier unten seht, und dann kann ich sie öffnen. Okay, sie öffnen nicht so wie bei Internet Explorer, den ich jetzt hier leider deaktiviert habe. Ich kann das euch also nicht zeigen. Aber bei Internet Explorer wäre dann ein Tab geöffnet, der extra für Windows Area optimiert wäre. Außerdem gibt es hier auch keine Shortcuts für die Taskleiste mehr. Man kann einfach nur Webseiten an die Taskleiste anfinden, und das ist einfach nur ein Icon, wie ein Lesezeichen, welches man schnell erreichen kann. Also keine besonderen Features hier, wie damals im Internet Explorer. Und Edge hat jetzt einen Vollbildmodus, den wir hier erreichen können, aber auch mit F11 natürlich. Können wir unsere Webseiten im Vollbild betrachten. Dann drücken wir F11 und sind auch schon draußen. Außerdem, wenn wir jetzt viele Tabs... Ach ja, ich habe die englische Tastatur noch aktiviert für die Smiley-Ansicht. Ganz vergessen. Deswegen habe ich falsche Dinge eingetippt. Wenn ich jetzt rechtslicke... Ach nee, bitte keine Werbung mit Audio abspielen. Tu mir das nicht an. Wenn ich rechtsklick auf Webseiten mache, dann kann ich jetzt alle Tabs zu Favoriten hinzufügen. Und was ist noch neu? Lasst mich kurz nachschauen. Favoriten. Genau, Favoriten. Und Animationen. Zum Beispiel, ich klicke jetzt... Ich favorise jetzt Windows Area. Ich klicke drauf und jetzt schaut euch mal die Animationen an. Ja, der Stern springt dann hier rein. Und wenn ich draufklicke, dann kann ich hier jetzt die URL von Lesezeichen bearbeiten. Das ist eine gute Sache, um Lesezeichen besser bearbeiten zu können. Und das war es auch schon für Microsoft Edge. Viel hat sich nicht getan. Muss es aber nicht, denn mittlerweile ist der Browser ziemlich gut geworden. Es gibt viele Funktionen. Er bietet alles Nötige. und es gibt auch einige Erweiterungen mittlerweile im Windows Store. Wenn wir mal kurz reinschauen. Und er auch alles laden würde. Dann haben wir hier einige Erweiterungen. Zum Beispiel Endpass gibt es mittlerweile auch dafür. Und diese Neuerungen sind trotzdem alle ziemlich gut geworden. Dann geht es weiter. Jetzt geht es um Sicherheit im Windows Defender Security Center. Was kann ich euch hier zeigen? Exploitschutz, der jetzt hier ist, unter Apps und Browser Steuerung, Einstellung für den Exploitschutz. Jetzt können wir hier den Exploitschutz einstellen. Ich habe so oft Exploitschutz gesagt. Und wir können das sogar für einzelne Prozesse einstellen. Zum Beispiel für One-Time-Worker-Exer. Ich kann hier einiges einstellen. Zum Beispiel Erweiterungspunkte deaktivieren. Okay, hier ist zum Beispiel Systemeinstellung außer Kraft gesetzt. dass der Erweiterungspunkte benutzen darf. Und das kann ich auch für andere Dinge einstellen. Ziemlich umfangreich ist das Ganze. Und wir haben noch geschützte Ordner. Unter Einstellung für Virenschutz. Überwachte Ordner. Geschützte Ordner, genau. Das hat den Hintergrund. In letzter Zeit gibt es einige Fälle von Viren, die eure privaten Dateien verschlüsseln. Und das ist die Antwort darauf von Microsoft. Und zwar wurden hier jetzt alle relevanten Benutzerordner hinzugefügt. Standardmäßig, man kann natürlich auch neue hinzufügen. Windows Defender lässt dann Apps nicht einfach irgendwelche Änderungen daran vornehmen. Beispielsweise eine App möchte jetzt unter Dokumente etwas bearbeiten. Windows Defender wird das jetzt nicht zulassen, sondern ich müsste das manuell zulassen. Was ziemlich gut ist. Oder wenn man ein Programm installiert, welches eine Verknüpfung auf den Desktop erstellen möchte. Selbst das möchte Windows Defender nicht mal mehr zulassen. Einfach weil es unsere privaten Dateien schützen möchte. Aber das Ganze ist optional. Wie man hier sieht, ich kann es auch einfach wieder ausschalten. Benötigt Adminrechte und dann ist es auch schon aus. Aber falls man auf Nummer sicher gehen möchte, kann man hier ein paar Ordner hinzufügen, das aktivieren und dann kann man sicher sein, ja, damit wird nichts mehr passieren. Außer natürlich eure Festplatte geht kaputt, was das Worst Case-Szenario wäre. So, Windows 8 Nutzer. Wie viele schauen gerade zu und wie viele davon haben noch OneDrive gerne benutzt? Ihr erfasst es. OneDrive Platzhalter sind wieder da. Komm OneDrive, öffne dich. OneDrive, da. Hier, Dateien bei Bedarf aktivieren wird hier schon angezeigt. Ich glaube, das habe ich aktiviert. Ja, hier können wir das aktivieren und deaktivieren. Ich habe das deaktiviert. Und zwar, der Hintergrund ist, wir haben jetzt viele Dateien auf OneDrive. Und bis jetzt war das so in Windows 10, dass die Dateien immer auf unserem Computer drauf sein müssen. Also egal, was ich da reinschiebe, es muss immer auf meinem Computer sein. Außer ich deaktiviere den Ordner hier drinnen, aber dann wird er mir gar nicht auf meinem Computer angezeigt, was sehr suboptimal war. Also, das ist nicht so vorteilhaft für einen Cloud-Speicher, weil die Dateien nicht komplett in der Cloud liegen, sondern immer auf meinem Computer auch. Und das ist jetzt vorbei. Und zwar können wir jetzt, beispielsweise habe ich jetzt viele Screenshots hier und die sind alle auf meinem Computer. Das erkennt man an diesem grünen Haken. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich brauche Speicher oder ihr habt ein Tablet, mit dem sich auch nicht viel Speicher hat, was weiß ich. Ihr könnt einfach alle markieren, Rechtsklick drücken und dann Speicherplatz freigeben. Und dann seht ihr, hier kommt ein Tutorial, wie das funktioniert. Und ihr seht direkt, hier ist jetzt eine Wolke als Icon. Das bedeutet, die Datei liegt nicht auf unserem Computer und wir benötigen Internet, um sie zu öffnen. Und wenn wir die öffnen wollen, dann wird sie heruntergeladen. Ich öffne mal die Datei. Jetzt ist sie offen. Jetzt wurde die heruntergeladen. Okay, und wir sehen, er hat einige Dateien heruntergeladen. Okay, das lag dran, weil ich jetzt hier gescrollt habe. Aus Versehen. Und ja, wenn ich Dateien öffne, werden sie automatisch wieder gespeichert, aber ich kann sie natürlich jederzeit wieder nur in die Cloud legen, indem ich den Speicherplatz freigebe. Falls ich aber möchte, dass Dateien für immer auf meinem Computer sind, egal was passiert, zum Beispiel, es ist ein sehr wichtiges Dokument, es ist ein sehr wichtiges Foto, was auch immer, dann kann ich hier die Option anwählen, immer behalten auf diesem Gerät. Dann sehen wir jetzt, ist hier ein... Wie zufrieden sind Sie mit OneDrive, Files und Demand? Sehr zufrieden, aber ich bin nicht so zufrieden mit dem Feedback-Hub-Enachrichtigung. Dankeschön für die Störung. So, jetzt sehen wir auch direkt, wir haben hier ein grün ausgefülltes Haken und dadurch wissen wir, die Datei ist immer auf unserem Computer und ich muss mir keine Sorgen machen, dass sie vielleicht mal weggemacht wird, falls ich nicht genug Speicherplatz habe. Also, Dateien auf Bedarf sind wieder da und ich kann Dateien nur auf meinen Cloud-Speicher haben, dann ist mein Festplattenspeicher leer oder ich habe sie immer auf meinem Computer und dann werde ich sie nicht mehr verlieren. Oder eben Dateien, die man halt auf Bedarf wieder nur in die Cloud setzt, falls man mal Speicherplatz braucht, was ziemlich gut ist. Endlich ist es wieder da. So, und weiter geht's im Task-Manager. Ja, da gibt es nämlich tatsächlich auch Neuerungen. Und zwar als erstes werden Prozesse von Apps jetzt gruppiert. Das können wir ganz gut bei Microsoft Edge sehen, welcher immer ganz viele Prozesse macht. Ihr kennt das vielleicht sogar von anderen Bowsern, wie beispielsweise von Chrome. Dann hätte man hier jetzt eine lange Liste voller Microsoft Edge-Prozesse. Das gehört jetzt aber zur Geschichte. Wir sehen, hier ist Microsoft Edge und in Klammern ist da eine 12. Und wenn wir das jetzt aufklappen, dann sehen wir, wir haben hier alle Prozesse von Microsoft Edge. Also dreimal, nee, zweimal Runtime-Broker, einmal Browser-Broker und unsere Tabs. Also, ich habe einmal Windows-Area als Tab offen, ich habe einmal YouTube als Tab offen und User-Interface-Service. Ich habe meine Engine hier, ich habe Background-Tab-Pool, ich hätte auch Erweiterung hier. Und falls mal zum Beispiel eine Webseite auch abstürzt, könnte ich einfach hier den Task beenden. Windows-Area wird einfach wieder neu geladen. Genau. Das ist ziemlich cool oder ich kann einfach alles beenden. Dann ist Edge weg. Außerdem, was Game-Man freuen wird, was ich aber leider nicht zeigen kann, weil das eine virtuelle Maschine ist, im Task-Manager gibt es jetzt tatsächlich auch GPU-Auslastung, wie bei der CPU. Dann könnt ihr sehen, um wie viel Prozent eine Anwendung, tut mir leid für die Versprecher, eure Grafikkarte auslastet und ihr könnt sehen, wie viel Grafik-Speicher gerade verwendet wird und so weiter. Wie gesagt, ich kann euch das leider nicht zeigen, aber es ist jetzt drin, was ziemlich cool ist. Es hätte eigentlich, man fragt sich eigentlich, wieso das nicht von Anfang an drin ist, aber lieber später als nie. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Neuerung, und zwar verbirgt sie sich im File Explorer, und zwar links in der Seitenleiste, sehen wir jetzt, dass links alle Festplatten immer eingeblendet werden. Vorher war das so, die waren alle, also sie sind immer noch alle unter dieser PC gruppiert, aber sonst waren sie nirgendwo. Ich musste immer auf dieser PC klicken oder das aufklappen, um meine Festplatten zu sehen. Das gehört aber jetzt auch der Vergangenheit an, denn hier werden direkt alle meine Festplatten ausgeführt. Das ist ziemlich gut, wer die Schnellzugriff-Ansicht benutzt, weil das ist ein bisschen nervig, wenn man Schnellzugriff aufgeklappt hat und an dieser PC, dann ist die Liste einfach viel zu lang. Oder man musste immer erst auf dieser PC klicken und dann hier auf Volume. Aber jetzt kann ich einfach Schnellzugriff offen haben und ich sehe direkt, hier ist direkt meine Festplatte. Ich klicke drauf und alles ist perfekt. Super. Und das waren auch schon die größten Neuerungen des Updates. Das Video wurde schon ziemlich lang, aber wie gesagt, in der Videobeschreibung sind weitere Artikel verlinkt, wo wir noch mehr Neuerungen auf Listen nochmal genauer auf ihnen eingehen. Außerdem verlinken wir auch Artikel, wo wir euch zeigen, wie ihr das Update herunterladen könnt. Falls der 17. Oktober ist oder der 18. oder der 19. oder ein Datum, welches noch weiter weg ist, ihr das Update immer noch nicht erhalten habt, dann zeigen wir euch, wie ihr das Update trotzdem erhalten könnt, weil es ist halt eben schon draußen, wird aber nicht sofort am Releasetag für jeden über Windows Update ausgerollt. Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr die in der Videobeschreibung stellen, aber auch unter Windows Area im Forum. Und wie gesagt, falls ihr weitere Videos schauen möchtet, über zukünftige Updates, die jedes halbe Jahr erscheinen werden, dann vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir werden weiterhin viele Videos machen, rund um Windows und Hardware. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.